KABOOM Wow, stabile Knochen und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2 Continuity Test Chambers Part 3 Portal Error Part 2 So, in etwa dürfte das sein Ja, willkommen zurück, jetzt sind wir hier unten Ja, hier komme ich auch nicht durch mit Deutsch, aber diesmal brauche ich nicht ganz so lang So, okay, bedrohliche Musik Vielleicht auch mal ein Portal machen Nö, ich kann aber hier lang gehen, Mann Ja, wir sind in der letzten Part, haben ja schon bereits die erste... Ojeje Hopp, tschüss Aua, 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 aua Ist doch jemand, ich hasse dich nicht Kegner, du bist Fehler Ist doch nett Ist doch nett, dass du mich nicht hast Och, ich danke euch Ich euch nicht Freistoß Boom, ach schade, klappt nicht Warte mal Und Freistoß Ich kann ihn nicht werfen, schade Digga, wir haben einen Deal Oh Gott, Springparcours Hilfe Hallo Da oben ist ein Cube Was ist das laut hier? Da brauche ich einen Laser Äh Ach, eine CD brauche Seriously Factory, okay Okay, jetzt heißt es wieder erstmal Rätselraten Wo geht's denn hier hoch? Boah, ist halt laut Zu einem Knöpken Macht denn der Wo geht's denn hier hoch? Boah, ist halt laut Das ist vielleicht so eine Art Äh Das ist vielleicht sogar ein Safe Point Hat mir aber natürlich Was heißt, nett Was ich wahrscheinlich des Öfteren brauchen werde Aham So Hier rein Ich glaube das ist wirklich Ein Safe Point für Leute für mich Die wirklich gar nichts hinkriegen Finde ich sehr freundlich Aua Ist jetzt mal voll vom Stahlträger gelaufen Äh Finde ich sehr freundlich Das schmeißt mich hier nicht weg Da jetzt Läuft ja schon mal Nicht von Stahlträger laufen Sehr gut hier Bisschen schön laut Und wir sind auf jeden Fall nicht in den normalen Von Aperture Die anderen sollen ja auch irgendwie In den anderen Kündigstimmen Sind ja meistens auch so irgendwie von Aperture So wie es aussieht Darüber komme ich glaube ich nicht Ähm Aber das ist ja wirklich Scheiben wir mal gar nicht Aperture Okay Save Point Hehehe Ich bin nur so ein schwarzes Männchen Wuii Wird voll lustig Wahrscheinlich muss ich jetzt Ich mach mal durch da hin Oh Scheiße Kann ich hier irgendwo mit Tempo runterschwingen oder was Irgendwie Okay Komme ich hier nicht gut drauf klar Komme ich hier nicht gut drauf klar Okay 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 Ist das ziemlich okay Kann das sein So Reicht Reicht das? Ja Ja Wohl Reicht Ja Ja genau Auf jeden Fall Okay 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 Ich springe dagegen Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Zum sprechen bin ich übrigens grad auch Dass man es nicht gemerkt hat Ah Na so wie Aber das kann halt nicht wahr sein Ich bin Ich bin zu überheiflich Ich bin zu hastig Ich muss jetzt mal tief durchatmen So Und jetzt mit Ruhe Und Geduld Einmal zack Einmal zack Trollolol So geht es natürlich viel schneller Okay Da Knöppchen Was macht der? Er macht das Knöppchen Macht das Wir mussten Laser hin Ich meine hier aktiviert sich der Laser Also ich weiß was er muss Er muss nämlich Was ist denn Ich komm hier Na also Ähm Oroksch Nicht vergessen Zack Einfach mal nicht die Beine gebrochen Wenn man 20.000 Meter runter springt So Am blau setzen Nein da ist nichts Nur mal kurz dass ich halt nachguckt Da drüben ist ein Cube Und ich kann da wunderbar runter springen Runder runter springen Die Frage ist Wohin? Wohin? Egal erstmal holen wir uns den hier Und da muss ich wahrscheinlich irgendwann noch runter Jetzt wirst du aber Schwachsinn Nein! Nein! Mein Cube Mein Cube Mein Cube Mein Wunderbarer Cube Nein! Ich will nicht da rein Wie jetzt? Wo ist denn der jetzt abgeblieben? Hallo? Cube Cube, Cube Cube Was war das denn jetzt gerade? Nein! Egal Moment Ich muss noch kurz zurück Bei der Stürmer stoppen So dann kann ich die Cube nehmen Sieht mir irgendwie nicht so aus Als müsste ich hier noch was machen Dann mach ich mal So Hallo Maus Aua 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 Beine gebrochen Aua 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 Der hat mir das auch erledigt So jetzt Achtung Das Ding geht nämlich danach wahrscheinlich weiter Jawohl Aua Was hat denn der jetzt getan? Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht Was hat denn der jetzt gemacht? Was hat das Knöppchen denn jetzt angestellt? Bitte mal Das wäre sehr gut zum erfahren Warum das noch so ein Umstellding war? Da Kommt man da Da kommt man auch noch irgendwann hin Okay, ich habe jetzt Überhaupt Gar nicht gerafft Was das Ding jetzt gemacht hat Ist kein Problem hier Hier ist nichts Was Okay, was hat der jetzt gemacht? Ich weiß es nicht Ich weiß es ehrlich gesagt Wirklich nicht Ich kann mich hier auch nicht irgendwie rüberschießen, wa? Nein, nicht rüberschmeißen Ja ohne Witz jetzt Was hat denn der jetzt gemacht? War das vorher auch schon so? Was ist das vielleicht? Ab Und einmal runter Und Hoppala Aua 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 Ich dachte gerade so mal gar nicht. Was das Ding hier eigentlich genau macht. Ich mach einfach, ich schuck nochmal drauf. Ist hier hinten vielleicht was? Guten Tag, ich hätte gerne eine große Pommes, einen Cheeseburger, eine Cola. Äh... Warte, bitte zum Mitnehmen bitte. Alles klar. Danke. Nein, keiner. Grafikfehler. Ach guck. Wait a minute. Wie komm ich eigentlich an den Kollegen mal da oben ran? Wie komm ich an den... Das Ding da oben ran? Wie komm ich an den... Und mich ja auch irgendwie kriegen. Wahrscheinlich kann ich... Kann ich damit den Laser nach oben lenken? Kann ich damit den Laser nach oben lenken? Kann ich damit den Laser nach oben lenken? Aber ich habe... ...absolut nicht die geringste Ahnung... ...wie ich an das Dingelchen da ran komme an das... Ich weiß immer noch nicht so genau, was das Ding gemacht hat. Das ist doch scheiße. Kann ich mich denn irgendwo hinschießen lassen? Kann ich mich denn irgendwo hinschießen lassen? Also... Ich stelle nicht die, wissen wir ja... ...oder... ...schwarzen Stich, wenn ich mir nicht... ...beher ist oder so. Jetzt wissen wir ja, dass die sind ja unkrutbar. Ja... Ja... ...das war zu erwarten. Da ist noch so ein schwarzer Block. Da komme ich auch nicht ran. Ähm... Okay, ich bin relativ ahnungslos jetzt gerade. Ich hoffe... ...zauber nicht der Portal durchschießen... ...ja... Sieht nicht so aus... ...das ist doch schon... Okay, jetzt mal ganz ruhig. Die Lösung muss ja hier drin sein irgendwo. Ich bin gerade einfach nur zu doof, die zu sehen. Nicht unbedingt erbaulich, aber immerhin macht man das Mut, dass es hier irgendwo zu finden ist. Ich guck mal hier. Nee. Wo schieß ich mich denn da? Schieß ich mich Knallhart gegen die Wand. Das ist auch irgendwie Quatsch. Es schießt mich da drunter. Das heißt, ich komme auch nicht wieder auf das Kumpfstahlgerüst. Das Ding würde mich nur hochkicken. Ein Versuch ist es wert. Super. Hat ganz groß funktioniert. Ach man, nein, nicht wieder runterfallen. Aha, das könnte... Oh, jetzt hab ich so einen Piepenhaufen. Oh, und das klappt. Oh, na endlich. Ach, nö. Verkackte Trophäe. Ja, die interessiert mich aber nicht. Und das schlimmste, ich komm ja auch nicht rüber. Ach Gott. Ach so, da geht man hoch. Oh, das war jetzt scheiße. Ich hab grad so ein ganz wöcherliches Piepenhaufen. Okay. Spontan die Frage, die, glaube ich, am ehesten sich jetzt stellt, ist, wie komm ich an den Klotz? Dazu müsste ich vielleicht hier hoch. Kann man da hinten hoch? Ich weiß es nicht. Vielleicht so und dann so und irgendwie. Kann sein, dass man hinten hochkommt. Dann ist die Frage, wie komm ich da rüber? Ich würde vielleicht fast sogar sagen, dass man da wieder unten rein muss. Kann das sein? Oder findet man da oben, wenn man hier lang geht, die CD? Das finden wir auf jeden Fall alles in der nächsten Folge raus. Ich guck jetzt noch mal kurz hier. 9, keep out. Kautchen, also Achtung. Das ist ja immer ein bisschen einfach unbeheuer. Knöppchen, um das Ding noch zu machen. Pfeil hier hoch. Geronimo. Oh, ha va la. Ich bin jetzt hier rausgekommen. Gibt es hier irgendwo ein Scheißpfeil? Nein, natürlich nicht. Hier lasert der Laser vor sich rum. Okay, I don't get it. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, da ist ein Knöpp, da ist ein Pfeilchen. Also nicht ein Pfeilchen, sondern ein Pfeil. Das kann ich nicht machen, ne? Ich bin gerade mehr als... Aua. Nein, ich wollte da drauf. Leute, ich... Moment. Das muss ich jetzt aber noch mal kurz abchecken, bevor ich die Pause... Äh, nach Pause. Genau, ich gehe jetzt in die Pause. Sowieso gerade ein Scheiß, die da... Äh, gerade Ferien sind hier. Ist schon mal gut. Was macht das? Scheiße, Aua. Nichts. Nichts. Da ist nichts. Niemand verkackte Tophé. Da hätte ich sie zum Beispiel gut gefunden. Und nicht da oben, wo ich mich hingearbeitet habe. Weil da oben wäre ich dann weitergekommen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzept. Und ich habe immer noch... Türöffner. Da öffnet scheinbar eine Tür. Ich laufe gleich nochmal alles ab. Ähm, nochmal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Dann werde ich jetzt mal gleich die Folge. Ich ziehe das gerade Windfluss hinaus. Egal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ist hier irgendwas? Jeder verzweifelt die letzte Strömung. Ne, okay. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ne, ich bin nicht. Okay, haut rein.